Mo, was für ein Spiel. Hast du schon Worte für das, was hier heute passiert ist in Köln? Ja, unglaublich, was wir dir heute abgeliefert haben. Von der ersten bis zur letzten Minute hochkonzentriert agiert und auch völlig zu Recht auch in dieser Höhe heute gewonnen. Wie viel Spaß macht dann dieser Situation der Blick auf die Tabelle? Es macht natürlich Spaß. Das ist eine Momentaufnahme. Wir versuchen von Spiel zu denken und es gibt noch einige Punkte zu holen in dieser Saison und wir wollen so viel wie möglich holen. Und dass ihr jetzt sozusagen mit 30 Toren, sieben Tore und Vorsprung auf die zweiterfolgreichste Mannschaft, was das Tore schießen angeht, Preußen-Münster, 30 Tore erzielt habt, also das ist ja wirklich schon sehr bemerkenswert. Ja, absolut. Es hat uns aber auch letzte Saison schon ausgezeichnet, dass wir viele Tore geschossen haben und es ist schön, dass der Sturm wieder funktioniert. Nach dem Ausscheiden im DFB-Pokal, wie viel Spaß hat das heute gemacht? Ja, man hat es, glaube ich, auf dem Platz gesehen. Wir haben das schnell verarbeitete Spiel gegen den HSV. Heute hat jeder gebrannt und es war einfach geil heute. Danke, Mo. Danke.